hi wieder recht herzlich willkommen bei den hardware checkern wir schauen uns heute ein sehr schickes gehäuse vom taiwanesischen hersteller inwin an das hört auf den knackigen namen 805 und ist das aluminium und hat glas gefertigt kostet bei uns in deutschland in dieser ausführung hier also die rote wie man unschwer erkennen kann knappe 165 euro was ihr dafür bekommen und ob sich dieses designer gehäuse lohnt dazu mehr in unserem video ja der hersteller inwin war schon immer bekannt für seine extravaganten gehäuse besonders was die materialwahl angeht denn dieses gehäuse hier ist wie angesprochen aus hartglas gefertigt somit muss man hier etwas vorsichtiger sein wie zum beispiel bei sonstigen plastik konsorten die man sonst so in der hand hat denn das kann ziemlich schnell in die brüche gehen sprichwörtlich natürlich besonders in dem gehäuse ist jetzt einfach das design und es handelt sich hierbei auch um trocken gesagt um ein showcase das gibt es bei uns in deutschland für die rote oder die goldene variante je nachdem welche farbe er haben möchte für knappe 165 euro die schwarze variante also schwarz bezieht sich immer auf den vorinstallierten löfter die beleuchtung her an der seite des inwin schriftzugs sowie das ro panel bzw die blende davon das gibt es bei uns in schwarz dann für 130 euro sprich wenn euch die farbe bewusst ist oder euch die schwarze variante gerne kaufen möchte da spart ihr dann 30 euro besonderheiten an dem gehäuse ist zum einen ihr seht schon eine durchgehende front die ebenfalls aus glas gefertigt ist mit einem wabenmuster hier wie das dann später mit beleuchtung aussieht schauen wir uns noch genauer an weitere besonderheit neben dem hartglas ist im deckel werden keine lüfter verbaut das hat design technische gründe somit habt ihr nur ein airflow dann von vorne unten nach hinten raus auch dazu dann später noch mehr wenn alles eingebaut ist ansonsten ist es ein normales midi gehäuse und das schauen wir uns jetzt genauer an schauen wir uns den lieferumfang kurz an bei 165 euro gehäuse da ist nämlich einiges dabei hier zum einen erst einmal eine kleine anleitung die sieht so aus wäre sehr cool geworden gewesen wenn das ganze teil gebunden wäre denn das hier ist mehr so ein kleiner stadtplan da hat man dann gleich wieder ein paar quadratmeter papier auf dem boden aber nichtsdestotrotz ist hier drin alles sehr gut erklärt weiterhin dabei ist hier eine tasche mit sämtlichen schrauben kabel bindern etc um hier alles sauber zu verlegen eins sei gesagt lasst euch zeit bei der kabelverlegung denn dann wenn ihr das hier richtig macht sieht das ganze mehr als fett aus am schluss weiterhin dabei ist hier dieses wischtuch damit könnt ihr eure gehäuse dann abputzen und welchen vorteil hat ein echtes glasgehäuse klar ihr könnt da einfach von eurer mom zu hause den glasreiniger stibitzen und das ganze dann richtig schön blank putzen wenn es dann mal etwas staub angesetzt haben sollte somit sind auch gleich die richtigen reinigungsmittel im haus weiterhin dabei was ich sehr cool fand ist dieser saugknopf kopfhörer halter hier den könnt ihr zum beispiel anders gehäuse dran machen per saugknopf und dann da euer headset dranhängen das ist natürlich abhängig wo er das teil jetzt hinstellen ob er da gut dran kommt aber der hält natürlich auch an anderen oberflächen nichtsdestotrotz finde ich ein sehr cooles gimmick und finde ich auch sehr cool dass das hier dabei liegt werfen wir einen blick ins innere des inwinn 805 dafür ist zuerst einmal von nöten das seitenteil zu demontieren dafür empfehle ich wie inwinn auch das gehäuse auf die seite zu legen und die glasplatte vorsichtig abzuheben wenn ihr das in dieser situation hier tut wie es auf dem tisch steht dann kann es sein dass die glasplatte kaputt geht und das wäre ja sehr schade habt ihr das dann geschafft dann sieht das ganze so aus wir fangen einfach mal etwas außerhalb an der inwinn schriftzug hier der leuchtet im betrieb in der entsprechenden farbe in der ihr das gehäuse erworben habt das ist bei uns hier dann rot das sehen wir später noch wie das aussieht dann es ist ein normales midi gehäuse natürlich da passen atx micro atx sowie ITX mainboards rein 8 pci slots stehen zur verfügung für erweiterungskarten erweiterungskarten können hier bis zu 32 zentimeter lang sein die cpu kühlerhöhe beträgt bei diesem gehäuse hier 16,5 cm da passen auch größere konsorten rein wie zum beispiel der alpenfön olymp und für die einfachere montage der größeren kühler wenn das mainboard sich schon im gehäuse befindet ist da auch die obligatorische backplate aussparung vorhanden netzteil technischen normales atx netzteil passt hier unten rein besonderheit hier ihr müsst ihr netzteil mit lüfter verbauen beziehungsweise das empfiehlt inwinn einfach schon wegen der temperaturen denn hier unten gibt es keine netzteil lüfter öffnung somit wird das netzteil dann so positioniert dass die luft quasi von dem netzteil aus dem gehäuse hier unten rausgesaugt wird weitere besonderheit das netzteil ist hier ohne vibrationsdämpfer gelagert ob das dann negative auswirkungen hat dazu dann später noch mehr festplatten technisch könnt ihr hier bis zu 6 2,5 zoll laufwerke einbauen drei davon sind auf der rückseite das ist hier hier und hier und hier und hier oben noch zwei beziehungsweise eine und hier passen noch zwei in die schubladen rein wenn ihr noch ältere laufwerke habt wie zum beispiel ich im 3,5 zoll format dann sind hier zwei schubladen dafür verfügbar da werden die festplatten dann rein montiert vorinstalliert im gehäuse selbst ist 120 mm lüfter das ist der hier der leuchtet schon rot ebenfalls natürlich die rote variante hier deshalb ist er rot sehr schön hätten wir es gefunden wenn im inwin 805 für den preis auch in der front noch mindestens zwei lüfter vormontiert gewesen wären denn da gibt es leider keine in der front passen noch 220 oder 240 mm lüfter rein allerdings ist in der front die lüfter montage sehr gut gelöst denn da gibt es diesen rahmen hier den habe ich schon einmal einfach ausgebaut der ist mit einer schraube vorne fixiert den könnt ihr dann rauslösen hier könnt ihr dann zum beispiel die beiden lüfter reinpacken wenn ihr das getan habt steckt ihr den einfach wieder rein fixiert ihn mit einer schraube hier unten und dann ist das alles auch super fest und sehr einfach zu handhaben auch geeignet ist das teil natürlich für radiatoren oder ihr habt die möglichkeit ihr könnt den festplatten käfig hier vorne dran versetzen dann besteht die möglichkeit im boden noch zwei weitere 120 mm lüfter unterzubringen ansonsten was uns noch zu erwähnen gibt das inwin ihr habt sicher auch schon an der front gesehen bietet kein 5,25 zoll laufwerkschacht das heißt wenn ihr hier ein cd laufwerk einbauen möchtet ist das nicht funktioniert das nicht da müsst ihr entweder drauf verzichten oder ihr schnappt euch ein usb laufwerk die front des inwin 805 ist erst einmal komplett geschlossen von oben nach unten man sieht sie oben auch schon leicht durchschimmern hier ist dieses sehr coole wabenmuster was wir später uns noch anschauen werden wenn das ganze dann entsprechend beleuchtet ist im oberen rand hier aus aluminium ebenfalls gefertigt das io panel in rot mit einem powerschalter einer power und hdd led ein usb 3.1 typ c stecker ein usb 3.0 stecker in normaler ausführung ein audio in und ein audio auto sowie zwei usb 2.0 stecker runden das io panel ab also damit sollte man schon mehr als gut überleben können haben dann alle komponenten ihren platz im inwin 805 gefunden dann kann das system zum beispiel so aussehen ich habe mich hier für ein schwarz weiß rotes gaming system auf msi komponentenbasis entschieden das erkennt man unschwer an meinem tollen t-shirt und natürlich an unserem kleinen freund hier das ist ein arm der arm 3 plus system da ist drauf verbaut ein fx 83 70 e mit einem msi 990 fx gaming zusammen mit einer msi r9 380 gaming 4g ein weißer matterhorn ist für die kühlung zuständig das sieht man hier ja sehr schön arbeitsspeicher technisch 16 gigabyte cleft january speicher ebenfalls mit weißer dezenter beleuchtung und als netzteil kommt hier ein be quiet straight power zum einsatz mit 600 watt ich habe ja auch ein bisschen beleuchtung eingebaut wie ihr sicher sehen könnt allerdings ist das natürlich bei tageslicht nicht ganz so cool wie wenn es dunkel ist draußen daher dachte ich mir mache ich dazu doch einfach noch ein extra video das kommt so nehme ich an in der richtung mitte april beziehungsweise anfang april ich möchte noch ein bisschen mit rumprobieren dann gibt es auch noch ein paar coole fotos davon das soweit schon mal dazu ja abschließend kann ich sagen dass mir das inwinn 805 sehr gut gefällt das ist einfach mal ein gehäuse was einen anderen look hat und auch andere materialien als dieses ständige acryl glas oder sonst etwas das hat natürlich auch seinen preis wobei ich sagen muss dass ich 160 euro für dieses hat glas gehäuse in kombination mit aluminium mehr als angemessen finde wenn es dann auch nur die schwarze variante für euch sein dürfte dann spart ihr noch 30 euro denn die schwarze variante gibt es für 130 euro ansonsten hat mir sehr gut gefallen der aufbau an für sich da gibt es nichts daran auszusetzen auch bei der kabelverlegung habt hinter dem mainboard tray genügend platz um noch dickere kabel zu verlegen das kann man hier natürlich auch noch ein bisschen schöner machen steht außer frage allerdings habe ich das einfach mal so zusammengebaut was ein bisschen schade ist bei so einem teuren gehäuse dass nur ein lüfter im lieferumfang ist da würde ich mich sehr darüber freuen wenn da in zukunft einfach mehr lüfter beilegen vielleicht auch noch hier zwei für die front jetzt beim 805 ansonsten die anleitung ist eigentlich recht gut allerdings hätte ich mir gewünscht dass das ganze ein bisschen gebunden ist weil wenn man schon ein premium gehäuse hat hätte ich auch gerne ein kleineres gebundenes handbuch ansonsten was gibt es noch zu beachten für leute die liebäugeln mit diesem case hier ihr habt keinen platz für 5,25 zoll laufwerke wenn ihr das nicht braucht dann kann euch das egal sein ansonsten müsst ihr eben auch ein usb laufwerk umschwenken oder ihr müsst euch ein anderes gehäuse zu legen für leute die natürlich auch viel kühlleistung wert legen die haben mit diesem gehäuse sicherlich ihr kleines problem wenn es um lüftkühler geht denn ihr habt im deckel keine lüfter öffnungen das müsst ihr auch beachten je nachdem was er einbaut kann es natürlich dann etwas wärmer werden als in anderen gehäusen die im deckel lüfter haben von meiner seite aus wenn ihr ein schickes designer gehäuse sucht und jetzt nicht unbedingt 300 watt tdp komponenten da einbauen müsst dann ist das gehäuse mehr als zu empfehlen sehr schick wie ich finde so sieht jetzt meins erst mal aus ich werde noch ein bisschen darum basteln wie angesprochen gibt es auch ein weiteres video zu auch wie das mit beleuchtung und co aussieht in diesem sinne schreibt mir doch in die kommentare ist das gehäuse was für euch oder warum würdet euch nicht kaufen oder was würdet ihr euch noch wünschen ich wünsche euch frohe oster natürlich an diesem ostersonntag heute wenn ich das hier fertig gedreht habe und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal